Bähen wir das mal aus. 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 Herr Grizzly kann nicht selbst fahren, kann er? Lass uns ein bisschen zu sprechen. Du beginnst. Bähen wir das mal aus. 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 ... und so weiter. Ja. Oha. Hey, hey, Dale. Ja, Dale. Diese alte Linie ist hart. Wenn ich meine Kassetten reinballere. Ich mag dich, junger Blut. Mein Acupuncturist sagt, ich habe große Chi-Reserven unter meiner Beine. Ich werde einfach in diese und... Gut zu gehen! Ich könnte für dich singen. Das ist nicht alles, oder? Aber du solltest resten. Ich brauche deine Energie auf der Straße. Geh auf, junger Lin. Ich habe nicht alle meine Finger, aber du bist in guten Handen. Was? Ist gar nicht so eine blöde Idee. Ah, fast volle Energie. Wieso ist das? Was? 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 Ich brauche, diese Cypher zu zu sein. Was? Äh, adulten Schnauze? Ja. Finde ich nicht. Oh. Richtig ab der Strecke. Ja. Nur eine Lösung. Du musst mir ein Omen-Vitalität machen. Was? Geh in die Beine. Ich werde es erklären. Sorry about the mess. Ich bin nicht der cleanste Ombre. Was sind Vögelchen? Schönen Dunkelheiten vor. Wahrscheinlich sein. Wenn die Beine zerbauen. Das ist so, dass ich diese Fingern verloren habe. Ich habe sie unter den Falken. Aber die Wahrheit ist, ich hätte sie mir eine ganze Zeit gegeben. Meine ganze Leben, um sie zu retten. Sie war die Wind in meinen Sails. Und ich werde sie für den Rest von meinen Tagen vermeren. Jetzt habe ich wirklich den Dreck. Wo ist ein Chain? Ich werde etwas hartes Rock suchen. Zeit, um die Schmerzen zu spüren. Zucumber sollte am Topf sein. Zucumber sollte der Kaffee nichts sein. Ach so ein Ding ist das jetzt. Gürkepfeifen. Gegenstand da war um eine Gurke. Das ist grün und gesund. Auf jeden Fall kein Burger. Check bei den Kaffee auf dem Tisch. Das ist doch nicht komplex ist das jetzt nicht. Etwas starker Kaffee. Ich weiß, was ist. Ist da irgendwie was, was ich leveln kann? Nee. Das ist ein guter Stoff. Der Typ ist immer richtig lebensfroh. Okay, das geht jetzt irgendwie viel zu schnell. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein, oder? Ach, lange nicht. Wahrscheinlich sind die letzten Kilometer jetzt Ausschlaggebung. Das ist ein guter Stoff. Fast da, Fragezeichen. Ja, ich bin auch. Warum jetzt hier so ein bisschen abgerissen und klippen? Hier ist doch gar nichts, oder? Hier sind Steine dräten. Das ist wahrscheinlich zu. Warum jetzt hier und nicht schon davor? Oh, naja. Oh. Laufen wir jetzt den Restzug. Ganz, ähm. Ich weiß nicht, wie komisch liegen. Dann bin ich. H STOP. Jetzt muss ich kurz Musicpa. Das war's. Ich mach mal das ganze genießen. OST? Ach so. Möchtest du auch was verstellen? Nee. Eigenartig. Oh, da ist ein Wasserfall. Der ist wahrscheinlich böse. Den muss ich... Der Leitone hat's total. da wird es schon weiter auch mehr dahin spüren mann alles maus ich muss mich jetzt eigentlich nicht erholen Risiko sonst nur zu groß die Erholung jetzt noch nicht nötig nein das kann ich nicht ich brauch die Kohle ich weiß nicht ob das viel ob das wenig sind deswegen bereite ich das jetzt mal hab ich nicht ne Karte oder sowas ja ok da kommt nicht rum so you Vielen Dank.